Davon, dass ich einmal eine Aufnahme starten sollte, natürlich, klar, das war alles nicht, so, ne, hier oben habe ich es richtig eingestellt, okay, gut, das ist richtig, gut, so, was ich jetzt aber mal machen kann, ich kann gucken, wenn ich hier draufgehe, und das in System ändere, oder, ne, doch, System, genau, so, ich hinde das beim System, so, ah, ne, das bringt ja nichts, äh, ich muss das woanders hin, das ist, ich, das ist heute das erste Mal, dass ich ein Spiel streame, und, ähm, ja, da will nicht alles so, wie es ist, so, doch, System links, so, das ist das, was ihr normal hört, so, jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt das hochziehe, und mal nicht sagen, Moment, Sagt mal, hört ihr was, wenn, wenn sie läuft, oder hört ihr den Sound nicht, jetzt kommt Musik Ah, ich glaube, jetzt hört ihr den Sound, aber über die, ähm, genau, genau, so, jetzt muss ich nur, ich muss euch gerade nochmal ganz kurz, ähm, mit dem Spiel alleine lassen, ich muss nämlich gucken, weil, ich muss jetzt nämlich noch was bei der Aufnahme ändern, und zwar bei der Ausgabe, muss ich bei der Aufnahme, das kann ich jetzt natürlich, Moment, gerade mal kurz, okay, abbrechen, so, Aufnahme des heutigen Spiels, eben den Spiel Sound nicht mit, äh, vielleicht kommt der ja doch rein, weil, äh, äh, links ist so gut, dann gucken wir mal, ähm, ich kann euch aber sagen, ihr seht ja hier, wie ich hier durch die Gegend renne, das, was ich gerade eben vorgelesen habe, da war also auch keine Tonausgabe dafür da, ich hatte, ähm, so, dass ich euch das wirklich vorgelesen habe, was da zu lesen war, so, ich denke mal, wir müssen da rüber springen, hopp, ah, das funktioniert sogar, hey, also, ähm, ich bin eine Verfechterin von dem Motto, ein Spiel, bei dem man nicht springen kann, ist ein schlechtes Spiel, in diesem Falle muss ich jetzt sagen, man kann springen, das heißt also, ich finde, es ist schon ein gutes Spiel, so, es ist aber gar nicht so einfach, das zu steuern, muss ich euch sagen, ah, okay, dann lesen wir mal, was da steht, die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt mit Karas Namen, ihre Laterne führt und beschützt uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden, okay, mit der Betonung, das muss ich noch ein bisschen üben, ähm, aber mir fällt gerade ein, oder mir fällt gerade auf, ich muss noch was am Audio ändern, und zwar ist mir die Musik eindeutig zu laut, die machen wir mal auf 70, und die Effekte lassen, machen wir auf 90, so, ist das für euch jetzt immer noch gut zu hören, Dankeschön, okay, gut, dann lassen wir das nämlich so, und jetzt, ja, also ich finde, die Grafik ist jetzt nicht mehr die beste, das gebe ich zu, aber ich muss sagen, sie hat was, also, ähm, ich bin sowieso so, eher so eine, die auf diesem Comicstil steht, und, ähm, ich finde, das ist eine schöne, äh, ja, eine schöne Grafik, einfach gehalten, und trotzdem sehr stimmungsvoll, betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt, solange sie lebte, erlosch es nie, frag, und vielleicht wird sein Schrein, dir antworten, ja, gucken wir mal, ob wir eine Antwort bekommen heute, also, ähm, es gibt eine Sache bei diesem Spiel, die mich dazu gebracht hat, und zu sagen, okay, ich möchte dieses Spiel mit euch durchgehen, da kommen wir aber mit Sicherheit noch hin, so, mhm, der Sound ist mir immer noch zu laut, die Musik ist definitiv übermäßig laut, und, ah, ne, das ist der Effekt, okay, also lassen wir den Sound auch auf 60, und machen das hier ein bisschen runter, auf 75, so, ha, besser, mal gucken, was jetzt passiert, ah, wir zünden dieses Hölzchen, ah, okay, okay, das ist ein Räucherstäbchen, die mag ich ja unheimlich gerne, oh, oh, okay, ah, was ist jetzt, okay, oh, Oh oh Das ist nicht gut Ich glaube wir sollten rennen Oh da kommen wir nicht raus Ah da In einer Höhle sein Die einstürzt Das ist immer ein ganz ganz schlechtes Machen wir den Sprung des Glaubens Ist das jetzt der Weg nach oben Den wir reingekommen sind Oder ist das der Weg nach draußen Ah nein Ah Manche würden jetzt sagen Nimm doch einfach den Fluss Aber ich glaube Was? Was hat er? Hoffentlich brennt diese Laterne lang genug Um den Nug... Ah okay Also wir sollen den Laternen folgen Die Laternen helfen uns hier rauszukommen Also ich muss ganz ehrlich sagen Diese Geräuschkulisse hat doch schon was sehr atmosphärisches Ich hoffe ihr könnt mich gut Trotzdem durch die ganze Durch den ganzen Krach hören Ah wir sind draußen Ha sehr schön Gut Das heißt wir haben den ersten Tag Das erste Stück abgeschlossen Ich muss jetzt gerade nochmal kurz hier raus Weil ich hier was zurücksetzen will Ah jetzt sind wir draußen Ah und das ist der alte Au du bist unversehrt Den Göttern sei Dank Geht es dir gut? Äh was ist da dritte geschehen? Als die Höhle einstürzte Ging ich vom Schlimmsten aus Ist das Die Laterne? Hm Sonderbar Diese Laterne ist ein antikes Artefakt Namens Karas Licht Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich Das ist das erste Mal seit Generationen Bewahre sie gut auf Und werde Ich werde hierbleiben Und mich um den Schrein umsehen Im Schrein umsehen Ähm ich gebe es ganz ehrlich zu Schlesen vor allem laut Ist nicht ganz so meine Sache In der Zwischenzeit solltest du deine Pilkerreise fortsetzen In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf Folge einfach dem Papiertrachen Und rede mit deiner Sobald du angekommen bist Sie wird dir den Weg weisen Ah jetzt kommt wahrscheinlich das Was ich mir gedacht habe Moment Genau Das ist das was hingeht Was ich Was ich meinte Ähm Man kann hier als Vogel durch die Gegend reisen Und Was ich Ich Musik Musik das finde ich richtig toll also es ist richtig gut gemacht ich weiß ich muss zum leuchtturm der leuchtturm ist aber in einer wo ist denn der leuchtturm jetzt bin ich wieder in die falsche richtung ich will doch gar nicht so weit runter ich will nach oben so so also das würde ich sagen sieht aus wie ein turm und da unten ist auch ein dorf und wenn man landet dann wird man wie der mensch moment ich probiere mal ob ich das kann ja salto geht nicht also salto kann ich kein machen ich komme nur ein bisschen hoch obwohl sie ist wenn ich wenn ich die gewisse höhe erreicht habe dann geht das nicht mehr so es ist das wäre wäre natürlich eine schöne zusatzoption gewesen aber ich finde auch so schon sehr sehr interessant wie das funktioniert aber dieses fliege als das ist eine herausforderung gebe ich ganz ehrlich zu das ist gar nicht so einfach ich habe gedacht dass wir wesentlich leichter aber so einfach ist das gar nicht so jetzt müssen wir nach einer diane suchen nein deine bist du deine geht es dir gut auch dein name ist auch richtig wir haben vor karas schreien herr krollen gehört ich bin froh dass du entkommen bist ich heiße deiner willkommen wir haben so lange kein pilger mehr gesehen dein mentor mit wind war der letzte von ihnen meine eltern haben damals geholfen ich schon und unsere tochter erin werden nun dir zur seite stehen solltest du jemals nicht mehr weiter wissen kehre hierher zurück und rede mit uns schließlich sind wir hier um dir zu helfen die reise eines jeden pilgers führt zu den drei tempeln im land der götter kara hat sie vor langer zeit versiegelt gleich nach dem großen zerfall in der nähe jede eines jeden tempel befindet sich ein siegel dort versammeln wir uns um den geistern unseren respekt zu zollen dies solltest du ebenfalls tun heilige worte offenbaren sich denjenigen die ihnen offen gegenüber treten das heiligtum der dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier leute ihr wisst schon ich bin eine frau und frauen und richtungsanzeigen sind zwei dinge die selten zusammenpassen aber probieren wir es einfach mal aus genau also wir gucken auf die karte nordwestlich also nie ohne seife waschen das habe ich in der schule gelernt damit kann man sich nämlich wunderbar schon im uhrzeiger sind die himmelsrichtung vor norden anwenden nie ohne seife waschen ich kenne genügend leute die machen das gut also nordwesten wäre dann irgendwo hier das heißt wir stehen in der falschen richtung abgesehen davon dass wir sowieso in der falschen richtung stehen weil diese karte nicht sehr detailliert ist ok gut also springen verwandeln und hoch gut nordwesten also müssen wir darüber also jetzt fliege ich aber nach süden nordwesten ist da da hat augenkoordination gleich null so und up gelandet also das landen kriege ich schon gut hin den rest noch nicht oh guck mal das ist auch ist das süß ich schmelze dahin das ist ja niedlich das ist ja niedlich drei lämpchen und die mama rennt weg das ist ja das ist ja wohl die höhe die rennen wir doch jetzt nicht weit her ich bin nicht die mama nicht die mama nein nicht die mama da sind vögel also diese diese grafik hat was ganz ehrlich so das sind vögel irgendwas sagt mir dass das hier nicht das siegel ist wo ich hin muss okay so sie ist nordwesten das ist nordwesten ich bin nur im nordwesten also wir machen das jetzt mal ganz einfach auch wenn ich jetzt eine aufgabe habe wir gucken uns einfach mal hier um wir werden schon irgendwo das finden wo ich hin muss was war das ein frosch wahrscheinlich da sind schmetterlinge schöne motive zum zum denkt ihr dass da hinten vielleicht das ganze ist ich war mal so gucken wir mal da hinten ist noch mehr aber es ist jetzt natürlich die frage können sich alle leute die hier leben auch in vögel verwandeln und dann über diese über solche möglichkeiten dahin kommen wo sie hin wollen oder ist das er jetzt etwas also mir hat mal jemand gesagt da wo lichter leuchten ist immer was gutes also fliege ich mal da hinten hin denn da hinten leuchten lichter zumindest sieht das für mich so aus ich sage auch ganz ehrlich ich könnte es jetzt mir natürlich einfach machen und sagen okay gut ich gehe ins internet und wenn ihr euch fragt warum ich immer darüber gucke ganz einfach aus dem grund aus dem grund ich habe heute mein obs auf den zweiten stream verschoben für das spielen damit ihr hier das spiel seht und das irritiert mich jetzt doch noch ein bisschen aber was ich sagen wollte ist ich könnte jetzt einfach machen ins internet gehen und gucken danach wie wie geht es jetzt weiter aber das will ich nicht ich will einfach mal ein spiel wirklich so spielen wie es ursprünglich gedacht war nämlich indem ich indem ich es einfach ausprobiere so das war knapp ein stückchen weiter und ich wäre abgestürzt das sieht mir das sieht mir danach aus da wo ich hin muss glaube ich könnte sein so aber jetzt sind wieder nur vögel was muss ich denn hier machen kann mir mal einer erklären was ich machen muss vielleicht muss ich die lampe rausholen doch welche an der hoffst du inmitten eines zerfallenen landes zu finden vater ok ah interessant die geister hatten wir eben schon in der höhle ich fand das sehr interessant ach so was natürlich weiter ist was ich warum ich immer hier rüber gucke ich habe dadurch natürlich auch den den chat jetzt hier drüben und ich im screen drin ich könnte ihn mir im screen anzeigen lassen aber das möchte ich nicht weil das würde bei euch ein stück vom bild nehmen ich weiß es gibt addons damit kann man den durch scrollen lassen das möchte ich bei gelegenheit aber erst machen ich bin ja noch ganz am anfang gut dann machen wir fangen wir die mal wieder weg ok ok jetzt verstehe ich wenn wir diese diese dings benutzen die 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 lampe benutzen dann werden die geister sichtbar jetzt könnte ich mir vorstellen da oben das ist der tempel aber das der ist ja nicht im nordwesten der ist ja im nordost wobei nordwest das müsste hier sein okay gut also fliegen wir mal da hoch zusammen also ich finde auch diesen wechsel zu der musik immer ganz toll die ist irgendwie sehr stimmig finde ich jetzt ihr könnt ihr mal sagen was ihr dazu meint so und jetzt 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 landen wir ha also das landen kriegen wir schon ganz gut hin also ich zumindest so jetzt brauche ich wieder meine facke ah ok dort oben in diesem turm werden wir ruhen ähm ich würde jetzt sagen da oben der turm das ist der alte tempel und das ist nicht der punkt man kann mal gucken aber ich glaube nicht dass ich da jetzt so einfach hinkomme fangen wir erstmal die facke ah doch ich hier rüber gehe ne doch nicht ich hatte gedacht das sah so aus von der anderen seite als wäre das ein weg aber das ist kein weg aber was heißt für mich wenn ich das jetzt richtig sehe da ist ein ding und da ist ein ding dass vielleicht das diese beiden siegel sind dann würde natürlich das dritte fehlen ich guck einfach mal da unten hm 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 ne da ist nichts mal gucken wir mal es ist auf jeden fall habe ich jetzt erstmal die schäfschädel wieder los die folgen mir jetzt hier nicht es wäre auch schwierig weil ich bin ja geflogen ich muss ehrlich sagen also dieses diese optik hat wirklich was beruhigendes ah ok hier geht es nicht weiter aber auch dieses dieses zwischen den verschiedenen gebieten hin und her fliegen das hat was nur welches was war das jetzt moment das wäre jetzt interessant als sie sich jetzt im kreis gedreht gehabt oder habe ich das jetzt nur falsch gesehen war wohl falsch also da ist so ein schrein da ist ein schrein aber das ich weiß nicht irgendwie was passiert wenn ich hier runter so klappt es natürlich auch also über diesen sie diesen schrein da drüben leuchten die dinger die lichter ich blick jetzt einfach mal dahin genau ah was habe ich es doch geahnt so lanterne raus und das kann man benutzen ah ok gut das kann man benutzen so jetzt packe ich die wieder weg im zweifel würde ich jetzt sagen ich muss zu dem da drüben um das zweite zu machen oh hat sich wirklich gedreht ah ok ich hatte hatte kurz aus dem augenwinkel was gesehen was weil ich was gucken wollte und plötzlich sah ich was drehen aber als ich zurück war stand sie und ich habe mich dann auch schon wieder bewegt und dadurch habe ich das nicht gesehen das war natürlich ist natürlich sehr schön ah ok so jetzt gehe ich hier hin muss ich wieder die laterne rausholen dann kriege ich wieder dieses ding was ich benutzen kann das benutze ich und dann kommt das zweite siegel ah und jetzt sollte ich denke ich mal ah sehr schön gut das heißt ich kann jetzt in diesen schrein hinein ich weiß jetzt natürlich nicht ob das der schrein ist in den ich hin muss aber wenn ich mir oben hier oben habe ich ja die 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 anzeige und angucke dann ist das nordwesten für mich also das ist dann doch schon richtig so jetzt fliegen wir rüber und gucken uns das ganze an einmal also ich muss ganz ehrlich sagen diese koordination mit dem fliegen das ist gar nicht so einfach so jetzt gehen wir rein und wird geladen also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin überrascht wie weit ich jetzt schon gekommen bin hätte ich nicht gedacht ich habe aber auch gerade gar keine uhrzeitart doch da auch geht gut das spiel wird gespeichert das ist immer gut es lässt mich aber leider auch sagen ich habe die vermutung moment war gerade kurz rausgehen weil wir ich habe gerade gesehen dass ich da was eingeblendet hat ach man ich muss sagen ich habe die befürchtung dass ich mir gar nicht so ewig lange zeit lassen kann das heißt dass ich nicht selber speichern kann sondern immer auf diese speicherpunkte achten muss aber das werden wir dann sehen was allerdings auch dazu führt dass wir wahrscheinlich ein bisschen früher als nach der stunde aufhören weil wenn ich jetzt hier rauskomme wird wahrscheinlich gespeichert werden und dann würde ich schon sagen dass wir dann fast aus weil wir haben ja schon 20 vor aber ich kann euch garantieren wir werden dieses spiel auf jedem fall weiterspielen a oder d d ah ok ich glaube ich weiß was ich machen muss das ok ausschalten so jetzt müssen wir auf die andere seite so das schalten wir ein und jetzt muss ich das nein nein ich stehe das in die richtung so so ausschalten und jetzt ah ok da habe ich mir doch habe ich gedacht ich wäre schlau und sollte das symbol was da hinten auf der tür ist nachempfinden aber das ist es gar nicht aber ich kann obwohl doch ich habe da drüben habe ich ist das mit dreien oder mit zweien jetzt habe ich gerade gar nicht drauf geachtet das ist mit dreien okay also muss ich hier hin und muss das einstellen dass das in die mitte geht auf drei so also hier nochmal einschalten einschalten und wir müssen das einmal drehen so schalten das wieder aus so und das nochmal gucken ah das ist mit dreien und ja genau ok also ähm das sind mal rätsel die ein bisschen fordern wo man auch aufpassen muss ähm das ist manchmal mein mein fehler ich bin eine spielerin die nicht immer ähm nach dem geht was man sieht sondern einfach ausprobiert aber ähm es war eigentlich jetzt ganz einfach auf diesen steinplatten sind symbole und man muss nur diese symbole die hier sind dahin kopieren und schon funktioniert das und das tor hier geht auf ich dachte erst wie gesagt dass ich dieses symbol nach empfinden muss das ist aber falsch so jetzt nehmen wir die schüssel welche schlüssel hier ist doch gar keine schlüssel hm ok nehmen wir die schlüssel ah ah ach nehm den schlüssel nicht schüssel schlüssel lesen will gelernt sein sagte schon mein vater und der konnte es nicht nicht obwohl er mittlerweile doch schon relativ gutes hinkriegt mit viel üben da bin ich auch ein bisschen stolz auf ihn und bevor jetzt die frage kommt ja mein vater lebt noch oh ein ein fuchs ein fuchs ein fuchs hallo kleine wandererin du hast dir zeit gelassen bist du vielleicht vom weg abgekommen oder musst du auf den langsamen warten ich glaube sein name ist medwin langsam war nie ein wanderer langsam war nie ein wanderer vor ihm aber clever intelligent weißt du denn worüber du da gestolpert bist du trägst licht und schlüssel um dich ins zwielicht zu führen dämmerung und morgenröte zugleich will ich meinen südwestlich von hier gibt es einen tempel in gestalt der untergehenden sonne dort wirst du mehr antworten finden nun geh schon vogel schneller als mediv ne medwin ich bin ww geschädigt in der tiefe erwarten dich geheimnis suche rat bei den schlummernden wisst ihr woran mich diese hinweise und redeart erinnert an japanische weise und die ja genau da geht das auch immer so also wieder geladen wie weit sind wir ja eine viertel stunde haben wir noch gut ähm ah das spiel wird gespeichert gut ähm ich würde sagen da das spiel jetzt gespeichert hat wir bleiben hier gehen aber von dem obwohl ich probiere mal was anderes ich guck mal ich fliege mal wieder zu dem leuchtturm und wir gucken ob wir im dorf zwischen ja parken hört sich blöd an ähm inzwischen halt einlegen können und dann ähm einfach von da aus das nächste mal starten oder ob wir leider doch wieder dann da starten müssen weil ich nicht speichern kann aber das sehen wir gleich manche spiele sind ja so dass wenn man an einem bestimmten punkt ist und wenn lockt aus gefragt wird willst du speichern und das wäre natürlich eine schöne idee okay eins mache ich jetzt aber noch bevor ich es an der richtung uah nein das ist falsch so aktiv wollte ich doch gar nicht runter nach oben so und jetzt landen wir mir stimmt dies ist ein Feld aber wisst ihr was ich bin jetzt so gefixt ich muss doch mal zu den lämpchen hey das ist aber nicht nett gerade eben seid ihr mir hinterher geraten und jetzt lauft ihr weg ihr seid ja komische viecher blöde schafe wenigstens bands ordentlich so dann gucken wir mal also da sind also da sind Lagerstätten da kann ich nicht rein dann gehe ich hier mal gucken das sieht aus das sieht aus wie das Siegel was wir da hatten vorhin also gut okay wir probieren es einfach mal mal gucken was passiert nicht gespeicherte Daten möchte nicht gespeicherte Daten möchte ah okay ich habe es mir schon fast gedacht wir machen es trotzdem ähm ist zwar schade dass ich dann jetzt das nächste Mal doch wieder hierher müsste aber auf die Art und Weise ähm ja werden wir es hinkriegen ah Fortfallen heißt natürlich Fortfallen klar ich habe selber drauf kommen können gut ähm so ja ich würde sagen für die erste ähm Runde war das gar nicht schlecht ich mach das jetzt hier mal zu dann geht natürlich wieder mein Browser auf so okay ich mach jetzt mit dem Musik an gut ähm wir springen in den Chatting Bildschirm genau dann kann ich das Ganze auch hier rüber ziehen dann ziehe ich das nämlich auch viel besser wieder haha genau so ja also ich muss sagen ich fand das jetzt heute gar nicht schlecht es hat mir eigentlich sehr gefallen das Spiel äh und ich freue mich irgendwie auch schon darauf dass wir das weiterspielen ob wir das bei der nächsten Spielsession weiterspielen weiß ich noch nicht das kann ich euch noch nicht sagen ich habe wie ihr ja vorhin vielleicht gesehen habt in meinem Epic ähm Spiel Launcher dass ich da noch mehrere Spiele drin habe die ich ja auch angekündigt habe mit euch mal durchspielen zu wollen und ob ich jetzt jedes Mal dasselbe Spiel spiele weiß ich nicht das werden wir dann sehen aber ähm es macht mir auf jeden Fall Spaß und das zeugt davon dass ich das mit Sicherheit weiterspielen werde und ich werde auch zusehen dass ich zum nächsten Mal hin dieses Tonproblem gelöst bekommen weil es kann nicht sein dass ich das Gaming auf äh den System Sound legen muss weil das solltet ihr eigentlich nicht hören weil da hört nämlich auch durchaus andere Dinge die eigentlich nicht für euch gedacht sind oder die ich nicht in den Stream übertragen möchte genau gut die 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 die